2015, genau, da hatte ich eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging und ich kompensiere das dann immer über Essen so, wie wahrscheinlich viele Menschen. Ich bin dann irgendwie auf das Rohkost 1x1 von Robert Gladitz gekommen und da dann zum ersten Mal so auf die Rohkost geschickt. Jetzt bin ich halt seit ca. 2 Jahren, also knapp 2 Jahren quasi auf diesem Rohkost-Reinigungsweg und das ist schon nochmal schön irgendwie zu erleben, dass ich, ohne dass ich irgendwas nehmen muss, einfach noch viel natürlicher diese ganzen Prozesse von alleine passieren. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass es mir gut tut, ich konnte so viel essen, wie ich wollte, das war geil. Das war echt so, ich habe abgenommen und konnte so viel essen, wie ich wollte und war dann so auf Picknicks und habe da immer mehr Leute kennengelernt, die auch so leben. Ich habe auch nicht mehr das Gefühl, dass ich verzichte, sondern es geht einfach immer weiter. Ich bin da sozusagen im Prozess und was halt schön für mich jetzt ist, dass ich merke, mein Gewicht stabilisiert sich immer mehr, also weil ich mich innerlich halt stabilisiere und bin jetzt quasi aus dieser Diätenfalle irgendwie so rausgehört. Ich finde es so schön zu beobachten, was da alles sich in mir und in meinem Leben verändert, also dass ich quasi, ich esse weniger schwer, also ich esse leichter und mein Leben wird leichter, so vom Gefühl. Ja, genau. Ja, genau.